so und weiter geht mit unserer kuchenbäckerei und bei uns ist jetzt die liebe katja ganz genau und die katja hat uns auch was mitgebracht zeige hey wer ist in die höhe und sage was es ist bitteschön also käsekuchen ist ja immer wirklich was gibt es da eigentlich so ein geheimtipp wo man sagen muss da muss man immer darauf achten denkt jemand aus man sagt zum beispiel man darf sie nicht zu spät am besten abend vorher damit er schön durchzieht ob der saft der hinbeeren sagt ich ja genau das heißt da ist ja auch nach der ist ja innen drin dann wahrscheinlich so ein bisschen roten ja dann muss ja dann wurde er übrigens er gibt also ist zum kaschieren da waren ja das reiht das ja auch ein raum also sehr schön dafür war vielen dank dafür und viel spaß beim schuhe auf alles da euch allen einen schönen tag bis dahin